joe heilig hier ist mein name ist und willkommen zu ein weiteres also let's play pukenblatt grün das challenge ja ich war das gestalt aber ist ja auch egal weil jetzt so weit entfernt ist es jetzt auch nicht so jetzt sind wir mal bei diesem mund würde mein gott wird echt gefährlich sein hätten lieber einen kleinen stein ist eigentlich du wäre gut cool sagt kugelsaat kugelsaat geiler tage das ist ein angriffswert 35 10 das überspringen wir jetzt ein bisschen weil das echt dauert ein bisschen lang was gefällt natürlich weil kardino queen hat kann es sagen also man hat der tag nur einmal scheiße habe ich voll vergessen wer da wo holen man schaut überall nur zwielichtige gestalten was bin ich eine gestalt und mein gott der typen ob mich aber so richtig so das ist jetzt klein schnell so holl joo okay da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwunder wir sind mal kugelsat und ein neuer tag ein die natürlich jetzt nicht wieder ab ich glaube gegen bist du würdest jetzt viel bringen oder 10 dafür muss sich fünf mal treffen und das ist dann stärker ist dass wir angeb hat auch fünf mal getroffen richtig geil ich bin schon so ein bisschen wie so nur fangen schuss das allerbeste was dieses buch und eigentlich sogar eins ist ja noch kraften jetzt hier ein bisschen ding verliert ich habe eh gegengift noch mit dabei und egel sammel füllt diesen hp hp mein ich sage immer habe ich weiß heute sagt immer hp johin jetzt wird mal wieder gesungen wie immer ja und dort ist es was ist jetzt ein der wechsel lieber als hätte keinen sinn er gibt streich kann er was nein er glaube ich hatte teckel ja top sie also ich habe gesehen der zweite ordn hat pokémon level 21 also dabei unsere pokémon so 20 21 ungefähr so da will ich ja ein gutes team haben doch die do queen werde ich dann auch haben beim mundstein glaube ich braucht es doch oder um sich weiterzuentwickeln kopf schon und ja genau und stein bis habe ich will die do queen aber es wird ein gestein gift sein und natürlich für die eigene jetzt nicht so gut sein aber ich glaube es hält schon der attacke dann aus falls ich irgendwo in notlage bin und ich muss es opfern ich will es euch jetzt nicht so gerne opfern was zum pokémon das ist radikal wird auch so gut sein level 20 wählt sich weiter jetzt kommt noch vier levels habe ich ein to bus ein to bugger kopf gewollt ok wie geht es man da oben schon mal ein pokémon cool ist ja dass man dann kugelsat findet aber ich glaube nicht es gab es doch es hat schon gesagt stimmt also jetzt ja doch es gab so gesagt opa hat es müssen uns fangen das gebiet pokémon stimmt und es fangen und setzt hat sich nicht so viel ab wir fangen das jetzt das gebiet pokémon in gebiet will ich halt ein neues pokémon also mache ich muss ein neues pokémon was starkes beruf wie glück da wir sind pokémon ist muss ich sagen was wichtig man ich hasse dich man ich hatte das buch und schon jetzt ja paralysiert ist höchstlich pokémon das ist ja echt nervig mal scheiße kleinsten wir am besten ja gefangen geht auch sogar weiblich dieses punkt man ernährt sich von baumwurzeln die pizze auf den rücken nutzt es als würzt tier als wird sehr interessant so die finanz einfach mal pil wirst z bild pizzi finde ich eigentlich am allerbesten den name ok es hat schlecht starke spuche aber ich habe es keine lust ist gerade den pokémon center zu laufen aber da habe ich vier mal wenn ich jetzt nicht so stimmen so und haben uns schon ein paar geholt falls unser nächstes pokémon irgendwie irgendwann mal stirbt und super geil da kommt es uns jetzt nicht fangen naja also super schon eine tolle sache ich glaube es kommt wieder zu wörter normal mit einer bei der beziehen man so wird so eine tolle sache wisst ihr wo du willst kämpfen was gibt's meine kumpels müssten gleich hier sein ok wird es mir jetzt keine drohen was begleite echt angst und ihr sieht seine gleich aus oh mein gott ein pipi deckel man ist männlich nein schambolzen ich hab's gewusst man du prüxiv oh scheiße und du bist dran jetzt handels vor ihren schlag von schuss von schuss was wir wechseln ich finde die attack ist echt hilfreich jetzt vor den schlag ja zweimal nur getroffen das titel war schon wieder fünf ich werde das trifft mal wie immer trifft ihr einfach mal so fünf mal eine scheiße das ist nicht geil alter das scheiße alles in fast weiblich ich hasse pipi man nicht schon wenn ich sage ich habe ich lieber gemühen natürlich schläft es jetzt ups ok ich darf jetzt hier nicht wirklich angefangen hat mal ich hasse pipi ich hasse das pokémon wie die sau die attacke zieht jetzt kommen was ab ich bin jetzt gleich zufrieden sein wenn es ein tod ist zieht einfach dreimal ja genau komm 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 jetzt bitte gesagt zugabe ich würde jetzt wechseln ich hasse es pokémon leute ich hasse es wie die saumann gesang du blick sieht schaut wie das abzieht fünfmal ich werde es gibt noch mal nein ok es hat kann es wünscht zu sein setzen das ist eine pokémon wo ich so lange für dieses eine pokémon ich habe verloren und ich gehe kurz ins pokémon zitter hier zurück und natürlich wieder mal ein pokémon zu badmann wieso kann ich zu bad das ist scheiße ich weiß schon dass in dieser folge an dieser knos bekomme denn 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 jetzt einfach mal trätschuhe stehen ich vergiss immer das einzusetzen jedes mal schnell so schnell wie der wind gut gut natürlich ist nicht so schnell wie der wind aber schon ziemlich schnell genau später können uns auswählen fossilien stimmt jetzt hoffe es ist wenn die gestalt meine güte verbisst durch wie kittin rocket gesetzte schlechte setzt die schlechteste was ist was ist weil sie sich irgendetwas sehr beschlecht aber richtig schlecht sie sind dann tot was von ist schon gegen ein kraften denn ausrichten gibt oder durch die bis jetzt so jetzt habe ich wieder samt schlafbunde gegeben und es ist 15 welche tag denn es noch schlaf oder nein scheiße egal scheiß doch und sieht relativ viel da aber natürlich mehr ab ha 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 und tut es ist scheiß hätte ich lieber schlaf bruder ich hab's verkackt bedeutet ich was richtig nein scheiß drauf egal ist nein ich würde schlaf oder die man statt gift wurde naja zieht nur zwei ab ich bekomme aber von ihnen trotzdem eingehen wie viel ich schätze mal auf 4 nein 3 ist auch nicht so viel alter zieht nicht viel ab ich wechsle pokémon nein man ich würde schlaf bruder geben boah leute wie kann man denn so blöd sein was wir sehen ist weg gemacht welches gucken werde ich besten ich glaube taubziehen dann hatte du bist dran einmal ich könnte mich gerade so schlagen wisst ihr richtiger fehler ich hätte mich dafür so richtig schlagen blutsauger naja wird jetzt auch nichts bringen ich glaube es zieht vier ab oder 93 scheiße im 1 oder 1 weniger ja nur noch zehn der wird sondern das hatte der blab alter leute man schlaf gut habe ich weggemacht scheiße schlaf gut ist einen der guten attacken für dieser sagen wisst ihr sternen stelle was solche mit uns scheiß etwas will dieses passiv von mir effektor stockt mich hier soll voll hinterher als ein dann wäre auch geil sein damer dann mundberg mundböcke scheiße ja ja hier war doch so eine folge von pokémon und dann pipi oder so wie das pokémon und pipi flucht sein ist ja jemand hallo und ja diese raumische fahrten wie keinen pokémon und komische flot bauen naja war eine scurri skurrile folge zeige ich mal sonderbonbon und wir können uns jetzt sein jetzt wir können jetzt gegen hier gegen alle nein dieser knosp kommt oh mein gott oh mein gott ich muss angst haben oder aber was ist das scheiße ich jetzt aber gibt wo dann natürlich daneben wie immer natürlich daneben ich dann einsetzen banken hieb wird das was abziehen ich glaube nicht dass es war irgendetwas abziehen wird banken hieb wenn ich das jetzt gleich auf top sein kein folter versuch das trifft mich an mein gott muss ich jetzt angst haben nein natürlich nicht ist jetzt natürlich veranschluss sein weil es so blöd ist mein gott man könnte die botspiele echt ein bisschen intelligenter intelligenter machen genau oder die können intelligenter sein dann intelligenter machen ich glaube ich konnte später ich sage ich finde ich die gleich behalte ich für immer richtig hilfe gegen den 8 norden wäre es dann richtig easy also ich würde mal so sagen wie zusammen schick ist eigentlich so die allerbeste ist so die allerbeste auswahl weil ich würde mal so sagen die anderen punkte also klug an dollar wasser gestein eis glaube ich gibt es auch drachen glaube ich oder nee nee also klug wer wer mit du spielt sag ich mal naja wenn er derjenige das schafft applaus mit luger also wenn es schafft ihn überleben zu lassen weil ich weiß nicht ob ich jetzt mal dieser sammeln überleben überlebt also dieser floor aber wieder vorher hätte schon viel aus so ein stoß level 12 ist mein top sie hab bald ein topos mein topo kann man nicht bei topos hat die letzte die macht auf 36 genau kam es auf konzert stirbt stirbt doch endlich das ist schon die fünfte folge leute da genau das schon die fünfte folge weil ich nehme alles vor auf also ich potenziell ist vor ende alles und lade schon für die tage schon mal hoch also für zwei drei wochen pokémon willst nicht denken dass es nur wegen video machen es macht mir spaß deshalb sollte ich auch und muss auch noch aufnehmen um entwickle ich weiter mal klappen glückwohl steinkapfen wolle zu bisa knasp also bisa krapfen ländler kein ding mehr scheiße ich speichere lieber genau komm hey wer schleicht sich so herum mit deinem oder magnetilo oder ist jetzt nicht gut immer egel sein einsetzen was habe ich hingegen magnetilo ich habe ich die meine titel nix ich glaube er zu mal die titel stil scheiße und kann ich nicht einsetzen ratte muster kann ich auch nicht es ist ja nicht für ein typ jetzt flug sogar noch kann ich recht nicht einsetzen weil mit super schade will ich jetzt nicht spielen ein vater versorgen jetzt ich habe einen roten schlag ich denke lieber zweimal sein ding weil dann ich mache ich sogar kein damage elektro und stahl ist ich glaube ich sogar zwei ich weiß dort auch das beides ich denke lieber das ist gar nicht gut scheiße hat sogar donnerschau ja egal jetzt fertig mit igel sammeln diese verteidigung sinken die nichts gebracht das nächste video ist das pokémon ist tot also passt es eigentlich ist zurück ist meine hatte nicht gestorben das wäre jetzt richtig scheiße hat es der elf geworden noch neun erbe dann entwickelt sich weiter ich hab wohl dabei so gesagt ok beim nächsten mal ist tot oder ist jetzt so ein dreimal kommt kein finale oder hier ist kein final was hängt ist verteidigung sinkt stark sogar richtig harter dieser volto ball weil richtig hart dieser volto ball sage ich mal wo sehr viel aber ich muss aufpassen mein kopf ist auch nur fünf levels der bilder wird werden weil sonst habe ich jetzt diesen anderen ordnern jetzt noch nicht machen yo leute ich mache dann ganz kurz also ich jetzt ja ich gehe nicht zum pokémon zitter scheiß auf das brauche ich nicht da kommt jetzt den kleinen stein richtig geil wenn jetzt erstmal mit kugel sagt erstmal besiegen hatte ich war nicht mit kugel sagt sehr effektiv ziemlich viel erfahrung sogar muss mich vertreten dass wir mal da hoch scheiße das hat ein super natürlich ich glaube ich sollte mal an den punkt und einsetzen weil mein ding ist nicht zu hoch ist jetzt mal nein muster ist auch nicht so gut egal wie das ist ich muss mal streusel ja leute das war mit der folge und ja bis zum nächsten mal ciao ja 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 Bis zum nächsten Mal.